Hallo und herzlich willkommen meine Freunde, schön dass ihr wieder einschaltet, euer Obat zockt, zockt heute wieder Planet Coaster in unserer Fun Bay, genau, wenn mich nicht alles täuscht ist das jetzt die vierte Folge glaube ich, genau, und jetzt stehen die Leute an und wir können jede Folge immer schön die Ticketpreise erhöhen hier, weil immer mehr Leute hier reinkommen, oh warte mal kurz, ich muss bloß mal, achso ja, nee, Ton, lass mal kurz gucken, ob da Ton eingestellt ist oder nicht, ja, alles klar, ja, ähm, genau, da haben wir hier auch schon das Herausforderungsfenster geöffnet, weil das ja eure Herausforderung schwer ist und, ähm, da wollen wir mal ganz chillig hier entspannt gucken, wie das hier alles aussieht mit den Finanzen, wir haben zur Zeit kein Darlehen, wir haben schön geforscht, oh, was ist denn das alles, wir haben schön geforscht, ach, das ist das Geld hier, das war das geliehene Geld, ne, naja, gut, das hatte jetzt noch keinen großen Einfluss hier, ähm, äh, schauen wir mal, was sich die Leute so sagen hier, ähm, ich wünsche, es gäbe mehr Fahrgeschäfte, ansonsten sind sie auch ganz zufrieden, außer dass sie ein paar Hunger, äh, ein paar Durst haben, und da gibt's hier voll, warte ich lange, voll, ich wünsche, es gibt mehr Fahrgeschäfte, weil Blue ist nicht so rasant, mal gucken, was es Positives gibt hier, war ziemlich schnell vorbei, der Eintritt ist kostenlos, dieser Park ist klasse, ja, wir lassen aber erst mal den Eintritt kostenlos, keine Frage, ähm, gucken wir mal, ob man hier vielleicht schon den Geldautomat erforschen kann, gibt das schon, ne, erste Hilfe, Hetzfantastik, Gulbi und Tiki-Tiki, ich weiß, warum die Durst haben, aber, ähm, Attraktionen und Läden, ähm, etabliert, neue Gäste, die Läden machen alle Plus, schön, und selbst die Toiletten machen Plus, das ist, das freut mich am meisten, ja, vier verpasst, verkaufst, verkaufst, vier, also ich meine, wenn sie aufs Klo müssen, müssen sie aufs Klo gehen, ne, die haben keine andere Wolle, ne, so, schauen wir mal hier, was hier so los ist, probieren wir das aus, ich hab so eine Werbung gesehen, ähm, was, aber dank der, was, ich geh sowieso zu Pizzapen 5, äh, 5, aber dank der Werbung freue ich mich noch mehr darauf, na, ist doch schön, oder, dank der Werbung, oh, jetzt haben wir, ach, wegen technischem Problem schon wieder, Mensch, ich hab mich grad gewundert, warum wir hier so miese haben, ähm, wo ist denn hier der Mechaniker, ist der hier schon am Arbeiten, ne, ach, hier kommt der ja angewackelt, kannst du mal wieder schnell laufen, bitte, danke, so, jetzt haben wir grad kein Geld, ist nicht so schlimm, der Park funktioniert sonst eigentlich ganz gut, machen wir ein bisschen schneller, ne, wir haben eh kein Geld, genau, doch, können wir doch schnell machen, ähm, forschen, wenn wir jetzt hier, was kosten die Dinger hier, 1000, ach so, das sind ja hier Fahrgeschäfte, hier, die kleinen Läden, die kosten noch nichts, dann nehmen wir das dann gleich mal in Kauf hier, so, ist wieder ganz, kommt rein, schnell, oh, jetzt ist nichts kaputt, ist nicht so schlimm, da haben wir schon unterwegs, jetzt nehmen wir grad gar kein Geld ein, nur Betriebskosten, und dann strömen sie jetzt, ja, jetzt strömen sie, jetzt kommen sie rein hier, oder, da können wir doch noch ein bisschen höher machen, sieht uns so rasant aus, ist sehr teuer, ist aber nicht so schlimm, das Ding ist jetzt grad schon voll, genau, und wenn jetzt schon ein paar Leute reinkommen, da müssen wir ein bisschen aufpassen, ne, ja, ja, da gehen wieder viele weg, obwohl manche haben vielleicht einfach keinen Bock, ja, 70 Gäste, 64 Gäste ist jetzt grad nicht so der Knaller, aber das wird schon, ist das auch wieder ganz, ja, jetzt macht es erstmal leer, läuft es auch nicht so schön, die Frau hat auch wieder hier, ich glaube, da klippt was ekliges an meinem Schuh, vor allen Dingen, Bärmienhausmeister, der hat hier gerade mal den Bereich hier, das ist aber zu halten, kriegt es nicht auf die Reihe, das ist süß, äh, jetzt kommen sie, doch, jetzt kommen sie, jetzt geht es weiter, jetzt geht es weiter, müssen wir mal kürzere Sequenzen machen, da können wir noch mehr Geld schaffen, noch mehr Geld, so, ähm, jetzt haben wir, jetzt sind wir wieder ein bisschen Liquid, ähm, jetzt Fantastic, nö, machen wir erstmal eine erste Hilfe rein, ich glaube, danach kommt nämlich der EC-Automat, obwohl das jetzt auch noch nicht so primär wäre für uns wahrscheinlich, oh ja, jetzt geht es, machen wir wieder hoch hier im Preis, so, und ein bisschen Szenerie, wie sieht es denn aus mit dem Laden, der hat 36, ihr wisst, was wir hier oben hinbauen wollen, ne, Kanonen, wir wollen Kanonen hier oben hinbauen, ihr Freilichrat, mit Mega-Special-Effekts hier, wie die hier rumknallen, ich meine, dafür habe ich ja extra die Löcher hier gelassen, so, mega, die machen wir mal ein bisschen schräger, dass es ein bisschen krasser aussieht, so, das sind wir ja schon von dem anderen Park gewöhnt, und jetzt gucken wir mal, ob wir hier gleich Piraten finden, haben wir welche, Ausguck, lehnender, schießender, sitzender, wütender, untätiger, naja, der passt ja nie so richtig rein, ja, wir müssen mal gucken, ah, hier, Piraten-Ausguck, genau, machen wir so, am besten ist, der guckt hier, wer hier alles reinkommt, macht er ja auch schon schön, so, das sieht wunderbar aus, das ging auch ein bisschen schneller als beim, oh, eine Lautstärke ist das hier unten, oder? So, dann machen wir hier mal ein bisschen, ich hoffe, das liegt auch direkt hier an jetzt, ja, ja, das hat es begriffen, dass wir das dort unten hinsetzen wollen. So, ähm, Lichter, können wir ja dann auch noch, hier haben wir noch ein bisschen Munition, wartet mal, da können wir ja auch noch hier, noch ein bisschen mehr, und jetzt brauchen wir noch ein paar Kisten oder so, können wir das gleich eingeben hier, findet der da was? Ja, Filter, Dynamit, nützt es nicht, Holzkisten, mittelgroß, machen wir hier mal noch eine mittlere Kiste hier hin, dann noch eine kleine daneben, so, jetzt brauchen wir noch ein paar Fässer, egal wie die die dort tot gekriegt haben, oder ne, wir machen es anders, wir machen auch Filter, Szenerie und Piraten, dann gucken wir mal, was hier alles, ah, einen Brunnen haben wir auch, gucken wir mal, was wir hier alles haben, Holzgerüst, dann haben wir noch das hässliche Ding hier, als ein Glockenturm, oder was soll das sein? Ja, ein Glockenturm, tatsache, naja, gut. Ne, lieber ein paar Fässer, ist egal, wie die die dort gekriegt haben. So, mal ein kleines Pulverfass hier noch hinstellen, hier haben wir noch eine kurze Holzleiter, die könnten wir ja auch noch irgendwie einbauen vielleicht, oder eine höhere Holzleiter, weil irgendwie müssen die ja dort auch hochgekommen sein, ja, oder, naja, ein Masten, das ist ja auch cool, Netze, Munition, oh, jetzt wird's klar interessant, eine Schatztruhe, gut, dass die nicht mehr 1000 kostet, haben die das runtergenommen? Ah, das ist auch eine coole Idee, die ich ja gerade hab, da könnten wir doch eigentlich so ein Steg hier hinmachen, also hätten wir machen können, aber das passt jetzt leider nicht mehr so richtig, was ist denn das hier, Tropen, ein Bogen, wir können ja auch ein kleines Schiff hier, das ist realistisch, ne, ne, dann nehmen wir, dann nehmen wir so ein, dann nehmen wir so ein Dings hier, würd ich sagen, das sieht doch cool aus, oder ist das dumm? Können wir das ja so machen hier, das find ich eigentlich ziemlich krass, machen wir das so, dann nehmen wir den Typen hier nochmal weg, und setzen den hier oben hin, Gott, oh Gott, würd ich mir, ah ne, der guckt das hier unten raus, gut, da geht das nicht, dann lassen wir ihn wieder, ja, das ist doch krass, kann man hier, ich dachte, man kann die Farbe vielleicht nicht, das sieht doch mega krass aus, oder, haben wir jetzt unter hier so direkt so ein Masten, den wir noch ein bisschen mittig setzen wollen, so, ist egal, ob wieder der Tor gekommen ist, oder irgendwas, Hauptsache, wir haben dort erstmal einen Masten stehen, so, da haben wir dann auch das Zeug hier, mal gucken, wie sieht es aus, mit der Szenariebewertung jetzt, fühle ich mich jetzt schon ein bisschen wohler, 50%, okay, und dann eben noch ein paar Pflanzen natürlich, da, wenn die fehlen, da gehen wir jetzt mal wieder, Filter zurücksetzen, so, 1000 Dollar haben wir, das macht mich glücklich, wenn ich das gerade gesehen habe, Bücher, Tropenbücher, gibt es hier auch sowas, jetzt habe ich das, jetzt habe ich das wieder weggedrückt, Piraten gibt es nicht, nee, ist klar, okay, dann müssen wir hier, hier müssen wir wieder Naturregion einstellen, Tropen, aber wir können ja auch Tropen und Piraten, ach nee, das geht nicht, okay, das begreift er nicht, da versteht er nicht, was ich will, das hätte ja so wie eine, wie so eine, Abfrage sein können, entweder oder, da können wir natürlich noch überall Seetank dann irgendwann mal dran setzen, das sieht dann auch cool aus, ne, ob wir es jetzt machen oder später, das ist jetzt so, am besten wäre es, wenn wir es jetzt machen, ah, jetzt habe ich hier diese blöde, weil wir es im rechten Winkel hier dran haben, können wir das machen, das Gebäude müsste ja eigentlich auch gerade gebaut sein, ja, ne, das ist ja auch, das ist ja auch so, ne, ja, so, ähm, mit X konnte ich das gleich hintersetzen ein bisschen, mit Blau noch, kann ich mal das Blauen, cool, aha, und jetzt können wir das nämlich direkt kopieren, cool, passt, dann tun wir das noch ändern, so, das sieht jetzt ein bisschen anders aus, oder, ist das dann zu viel, nö, ne, wunderbar, wie das da klatscht immer, das können wir ja noch hinsetzen hier, ach, das habe ich auch gleich geändert, genau, cool, machen wir das so, und jetzt Leute, wieder Trick 17 hier, oh ne, schade, ich hätte es, oh ne, ach, ich hätte es zum Gebäude hinzufügen sollen, Mist, jetzt habe ich das vergessen, ich kann es jetzt auch nicht mehr auswählen, hier das Zeug, oder, habe ich das jetzt, ne, ne, das habe ich jetzt nie, oder, ne, wartet mal, das ist doch an dem Gebäude dran, deshalb kann ich es auch nicht auswählen, ja, super, erste Hilfe, und jetzt ein EC-Automalty Hammer, so, volle Bude drauf, aha, da habe ich das, da habe ich das schon hier, ach ja, ich bin da auch ein kleiner Spinner, so, jetzt haben wir hier elf Objekte, Tatsache elf, ja, kann ich hier auch nur den Seetang auswählen, das wäre, da würde ich mich echt freuen, ne, ne, das geht nicht, okay, naja, ich glaube, das werden wir niemals schaffen, also, gehen wir ins Bearbeitungsmenü, und knallen hier noch mehr Szenarie dran, müssen wir es halt mit der Hand platzieren, was soll es, obwohl ich mir gerade nie so sicher bin, ob das wirklich geklappt hat, ne, wartet mal, das ist eklig, wenn das Zeug dann ins Gesicht reinflatscht, aber das ist, ja, muss das so lang sein, können wir das nicht ein bisschen, kann man das nicht kürzen, weil jetzt hängt das da hier in den Laden rein, oder, ne, macht es das, ne, sagt er, immer mal so, haben wir Glück, das ist, ne, da guckt er rein hier, oder wir tun nur das lange Ding, das muss halt alles schon ein bisschen passen hier, ne, guck mal, da müssen wir es mal, ich kann es nicht auswählen, tut mir leid, muss es weg machen, gibt es hier kürzeres, ach, hier ist das kürzer, oder, ist das kürzer, ne, ist das selbe, und, oh ne, das ist doch dasselbe, und das ist ja noch höher, naja, gut, ist, ist okay, ich lasse es mal so, ich denke mal, das juckt keine Sau, so, dann tun wir das dort noch dran, ist schon okay, dass wir das extra gestalten müssen, aber hier hätten wir es schön rüber kopieren können, oh, ist kaputt, haben wir das so hier auch an der Kante gemacht, ja, genau, machen wir hier auch so, welche Kante, die hier, so, Leute, dort eins dran, das rockt dann auch noch ein bisschen rein, das sieht man aber ohne, ne, alles gut, sieht krass aus, ne, oh, jetzt haben wir kein Geld, jetzt sind wieder 100, ach, weil das Ding kaputt ist, naja, klar, da kriegen die ja alle ihr Geld immer wieder, jetzt geht das an Dauer und kaputt, ey, das kann doch nicht wahr sein, wir waren so gut unterwegs, so, 53%, die paar Bücher bringen nichts weiter, echt nicht, ich staunisch, so, 14% sind noch hier, wir haben eine neue Herausforderung, erwischen zwei Taschentiebe, ja, weiß ich nicht, wir müssen das mal ein bisschen schneller machen hier, weil sonst passiert ja gar nichts mehr, die stellen die sich auch alle an, na, wenn das eine Vorgeschäft kaputt ist, sind sie halt gezwungen ins andere zu gehen, und hier stellen sie auch an, dann müssen wir unbedingt die Preise erhöhen, wir haben nämlich auch keine, so, so, hier, wie soll ich reinströmen, oh, wenn ich wieder ganz los, rein, 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 klein, die Preise erhöhen, 20,50, habt ihr da, ich brauche euch gleich ein Geldautomaten, da könnt ihr dann schön hier, wie das soll ich kaufen, ne, unglaublich, ey, wie das alles kaufen, hier ist schon fertig, klein, ich will es gar nicht mehr mit den Hinz stellen, so schnell geht das hier alles, so Leute, da wollen wir das mal hier weitermachen, und zwar, ähm, vielleicht doch erstmal das hier, ich habe mir überlegt, wir tun auch noch ein bisschen Wasser hier rein, knallen, ähm, hier ist eine Brücke, oh, ich muss mich mal kurz aus hinsetzen, Achtung, jetzt könnt ihr doch, ach, gleich knallen, okay, so, naja, es ging noch, ähm, ah, jetzt ist das Schiff nichts hier, naja, also egal, kann ich das jetzt von hier aus weitermachen, oder mal, oh, ne, das macht es nie, warum, ne, ne, das macht es nie, hä, auf Fundament höher, ist doch Fundament, kann ich das hier nie drücken, ne, ach, ab hier geht's, naja, ab hier, ach, jetzt sehe ich die Grenze erst, hier ist sie ja, jetzt sehe ich es erst, ist nicht so schlimm, da machen wir dann hier irgendwie Steine hin, oder sowas, oder müssen wir mal gucken, ich mache erstmal die Löcher wieder weg, hier strückt es wohl die ganze Zeit, ah, jetzt, so, weg ist es gut, naja, dann machen wir halt hier auch so eine coole hin, wie haben die das hier gemacht, oh, ist das ein paar Dinger, oder ein Berg hin, ne, Berg nie, das geht nie, sieht dumm aus, wenn wir dann hier einen Berg hin machen, ne, da gehen wir jetzt direkt hier runter einfach, machen es ein bisschen größer, und dann machen wir jetzt hier mal ein bisschen, Wasser hier hin, oh, ne, Auswahl benutzen, bitte, und ich habe Sand ausgewählt, danke, oder Felsen gleich, wie sieht denn das aus, ah, das müssen wir eh im Nachhinein dann verarbeiten, müssen wir mal gucken, so, jetzt sehe ich das hier nämlich leider nie so richtig gut, wie tief das ist, ist jetzt bloß geschätzt ungefähr, aber ich würde gerne schon mal Wasser reintun, und zwar, nehmen wir natürlich dasselbe, wie sie hier haben, und das ist glaube ich das, ah, da müssen wir mal Wasserpegel, müssen wir mal gucken, wie wir den einstellen, ist das dasselbe Wasser, wie hier, aufgewählt, ja, ne, das bewegt sich ja auch so schön, sind hier Wellen drin, ne, Wellen drin, ne, das bewegt sich auch schön, und das auch, gut, das sah es bloß so komisch aus, gut, jetzt haben wir hier erstmal einen schönen, ähm, Brunnen, ne, einen Brunnen, so, dann gucken wir mal hier, dass wir hier noch ein bisschen, so, genau, machen wir das hier ein bisschen, ein bisschen knapper, da sieht man das dann auch so schön, ein bisschen tiefer machen wir, und jetzt können wir das ja noch, herrlich aufrauen, nehmen wir die Größe noch ein bisschen raus, dann machen wir das jetzt alles ein bisschen, ein bisschen stärker machen hier, sieht jetzt noch ein bisschen dumm aus, ist ja nicht so schlimm, bei mir das eh gleich noch kletten, ja, mal schauen, wie das hier so wird, immer Felsen, ja, ich bin noch nicht so richtig, der festen Überzeugung, Sandfelsen, was ist das für Felsen hier, ja, das könnte auch ganz gut passen, muss einfach mal gucken, aber ungefähr so, dass wir erstmal hier in eine, in eine Struktur hier reinkriegen, oder wir machen es so, genau, aber sieht auch krass aus, das ist nämlich so noch ganz schön, immer, Ohrfläche kletten, ach ne, rein meißeln, können wir hier unter, naja, mal sehen, irgendwie so, jetzt sieht man aber erstmal, aha, hier ist Wasser, da gehen wir lieber nie so nah ran, nie dass wir mal rein plumpsen, und weg sind, ein bisschen meißeln, warte mal, blöde Auswahl, blöde Auswahl, ähm, Felsensand, wir machen erstmal alles sandig hier, dann mach ich das mit dem Felsen, im Nachhinein, das ist, kostet mich gar nicht, ne, das würde nicht passen, wenn wir das hier, ja, wir müssen wahrscheinlich doch lieber das zu nehmen, das ist anderer Sand als sonst, irgendwo anders, so, und dann wollen wir jetzt mal gucken, dass wir hier vielleicht, noch ein bisschen, Senerie wieder, doch mal ein paar Bücher hier hinknallen, irgendwie, ich wollte eigentlich, eigentlich wollte ich ja, dass das mit hier in die Bewertung reingeht, würde es aber bestimmt nicht so gut machen, nein, das war Schwachsinn, das gefällt den Leuten auch bestimmt, oh, wir haben ja schon 97%, na, das ist ja auch nicht schlecht, geht jetzt mit rein, der Busch, 94, wie viel habe ich gerade gesagt, schon wieder vergessen, schlimm ey, mit mir, so, jetzt mal hier eine, eine natürlichere, ach Gottchen, was ist denn das, oh, die sind dünne, die Palme, da müssen wir mal schauen, dass wir das hier so, irgendwie so nett hier alles verbauen, ein bisschen, ein bisschen Bambus, der hat, der gefällt mir nie so richtig, der eine, weil man dazu sieht, dass der, dass da wirklich Bambus dahinter ist, ich habe es lieber, wenn das ja schon vollen, Buschis sind hier, ja, man soll es ja auch sehen, dass es Bambus ist, aber ich mag das lieber, wenn das so ein bisschen, so, machen wir hier noch einen Baum hin, was haben wir hier noch, hier haben wir noch, achso, das sind die Palmen, ich würde jetzt gerne mal die normalen, also das sind diese richtigen Palmen, nehmen wir die mal noch rein, obwohl ich gar nicht sehe, ah, die ist ja ziemlich groß, ja, da müssen wir mal gucken, dass wir die hier vielleicht auch wie so, ein bisschen hier so reinragen lassen, haben wir jetzt 100% hier, ja, cool, so, jetzt nehmen wir hier natürlich noch unser Fächer, Blümchen, alles schön bewachsen, dann hauen wir hier noch ein paar Steine rein, so, dort erinnern wir hin, hier noch einen hin, oh, der rockt da ganz schön raus hier, den tue ich jetzt nicht erst drehen, den tun wir so hin, knallen, so, den tun wir hier hin, den tun wir dorthin, wunderbar, wie die Vögel gleich anfangen zu ziehen, zwitschern, das haben die echt richtig gut gemacht in dem Spiel, ey, dass sie dann, dass das Spiel weiß jetzt sagen, okay, dort ist was los jetzt hier, ein bisschen Tropenzeug, da müssen wir jetzt auch ein paar Geräusche mit reinbauen, so, dann passen wir das jetzt mal hier ein bisschen an, das ist verkehrt gewesen, so, hier, so eine kleine Struktur kriegt, da können wir ein kleines Blüsch, ja, kann es schon machen, so, erst mal, genau, können wir ein bisschen größer ringsherum machen, und jetzt nochmal eine Felsenstruktur rein, so, da geht, und den Rest machen wir hier ein bisschen grün, mit Sand, gebe ich normalerweise ein bisschen stärker, muss ja auch vorwärts gehen hier, so, das machen wir alles grün hier, falls ich eher noch reinblumse, und dann sieht er auf einmal, hier ist ja gar nicht grün ist drin, die haben jetzt gar nicht richtig hier, so, gut, so, okay, das sind dann, das müssen wir da gucken, dass wir hier, dass wir dann eben Wasser wirklich komplett dann hier bloß, dieses andere Zeug hier haben, das habe ich jetzt noch nicht so, so, da haben wir jetzt hier erstmal eine ganz kleine, süße Küste hier hingemacht, wartet mal, ich will bloß mal gucken, ich weiß, wir haben zwar die Bewertung schon voll, aber ich will trotzdem mal gucken, ob wir vielleicht noch so einen, so einen krassen Stein hinfeuern können, das sieht richtig dumm aus, ich weiß, tun wir jetzt auch ändern, dann machen wir das einmal hier hin, jetzt nochmal das Ding, oder irgendeinen anderen, ja, naja, machen wir hier eine Oberfläche, dann wird es nochmal ein bisschen natürlicher, ja, der Stein sieht irgendwie unnatürlich aus, wie kann ein Stein unnatürlich aussehen, aber ja, so, und so, okay, so, so ein kleines Vorsprung hier, ne, so, irgendwie so ungefähr, so, habe ich mir das vorgestellt, so ähnlich, Wege, nein, ja, so, jetzt können wir das wieder teurer machen, weil wir haben jetzt unten, da können wir jetzt auf 23 Dollar hochgehen, brauchen noch mehr Geld, die stehen wirklich an wie die Gubis, machen wir auch 24 Dollar, 25 lieber nicht, weil da geht meine Kamera wieder aus, hier hinten ist auch was los, ihr setzt euch auch immer schön hin, ne, Werbung, will ich Pizza Band essen, klar, dafür ist er da, was macht der hier, aha, okay, der wartet, da müssen wir ein bisschen schnauern, so, ähm, jetzt haben wir ein Geldautomat, wenn mich nicht alles täuscht, so macht das Spaß, ne, immer schön zocken hier, da kommt immer was, wartet mal, ich muss ja erstmal ganz kurz hier, meine Finger hier woanders haben, das klingt auch hässlich, ne, aber so einen Infostand brauchen wir gar nicht, sowas wollen wir gar nicht machen, also, in einen Lauf, eine Achterbahn hoch aufsteigen, wiederholen, okay, mh, da war kaum wieder der Typ mit dem, mit dem, ähm, orangenen, T-Shirt, so, ne, das ist wirklich erstmal bloß so, dass wir hier sehen, dass hier was ist, ne, noch ein bisschen, so, da können wir das ja, hier so ein bisschen, so machen ungefähr, vielleicht irgendwie, sieht ja auch krass aus, ne, und wenn das jetzt noch alles mit, naja, so ungefähr, ja, hab schon Trainer, nie so richtig raus mit den Mollen hier, aber das sieht schon mal, irgendwie cool aus vielleicht, auch hier, vor allem die Pixel, ne, das geht nie, ne, das ist, mal ein bisschen, auf Frauen, ach, auf Frauen, ne, müssen wir glätten, aber machen wir bitte hier, probieren, mal ein bisschen klapp nachher, so, okay, gut, probieren wir jetzt auch nicht, das ist, das funktioniert noch nicht so richtig, das ist ganz schön, das sieht ja aus wie so eine, wie so ein Cliff hier, soll es eigentlich noch nie sein, aber okay, lassen wir es erst mal so, so, noch ein bisschen dort noch was hin, Leute, das ist halt einfach erst mal bloß so, so, gut, wollen wir uns jetzt erst mal nie weiter beschäftigen, damit, jetzt rennt nämlich die Zeit davon, wir wollen nämlich noch was anderes cooles machen, zum Beispiel noch einen Baum, ich kann es nicht lassen, ich muss noch eine Pflanze setzen, unbedingt, so, gut, einen Stein noch vielleicht irgendwo, hier hin, da passt er hier wunderbar rein, gut, so, jetzt aber gut, ähm, was ist denn das, das fertige Zeug hier, genau, hier ist ein Piratengeldautomat, der ist schon fertig, so ungefähr, habe ich mir das auch vorgestellt, werden wir jetzt mal gucken, dass wir hier uns auch ein Geldautomat hinknallen, irgendwie, wo haben wir sie denn, hier haben wir sie, klein im Angang, äh, ja, klein im Angang, klein im Eingang natürlich rein, vielleicht können wir auch hier ein Geldautomat hinsetzen, um, das vielleicht noch ein bisschen mit zu nutzen, dass wir auch noch so eine Mauer irgendwie ringsrum bauen oder so, mal schauen, aber, wir können natürlich auch eine andere Farbe dann wählen, ist ja jetzt kein Problem, aber, dass wir halt das so ähnlich machen, wie wir es gerade gesehen haben, gucken wir mal, wir gehen aber trotzdem nochmal bei Sandstein rein, nehmen hier ein, was ist denn das hier, gut, das passt gerade nicht so gut dazu, ähm, haben wir hier noch eine kleinere Mauer, ach, das ist ja auch blöd, dass das hier gerade so reinrockt, weil ich kann nicht so ändern, haben die das durch das Update irgendwie geändert, dass das jetzt so ein anderes Raster ist, ich kann mich nicht erinnern, dass das immer so, knapp war, dass man das jetzt so knapp setzen kann, das ist nämlich echt cool, was ist denn das, nee, was ist denn das, Vorgeschäftsschild, nee, die machst du doch selber, wir wollen doch keine Färtschen haben, ah, wo wollen wir denn, gehen wir nochmal bei Filter kurz rein, gucken wir mal, bei Szenerie, Piraten gibt es da, ach ja, gut, hier, ja, das ist ja wirklich das Einfachste, auf der Welt hier, die Dinger zu setzen, damit wollte ich das eigentlich noch nicht kontern, es ist überall gleich, dann machen wir es so, erstmal so ein kleines Segel, wenn ich das jetzt noch verändern will, warum zeigt es mir das immer so bescheuert an hier, also kann ich das nicht einfach mal auf dem Boden sehen, warum muss denn das dann immer so weit oben sein, kann ich das Raster auch, äh, was, welches Raster auswählen, oh, was ist denn das jetzt hier, ich will einfach nur das Gebäude bearbeiten, und am besten soll es gleich stehen, ja, so ist okay, nee, dann laufen die Leute wieder in die Stange rein, Rasterhöhe, hier, nimm das, das ist zu weit, das ist zu weit, ah, Leute, baut ja auch nicht so ein Segeltuch über einen EC-Automaten, das wird nicht, ich habe so das Gefühl, dass es noch nie so ist, jetzt passt, jetzt passt, doch, jetzt passt, Ausgriff verkehrt rum, naja, obwohl, ist eigentlich egal, jetzt ist hier und hier ungefähr gleich drin, naja, gut, man hätte den EC-Automaten noch ein bisschen versetzen können, also krass, jetzt, oh ne, ne, das gefällt mir auch nicht, machen wir es so, und dann bauen wir noch ringsrum irgendwie, was anderes, dann, ich bin erst mal fertig, das ist ja furchtbar, das hat jetzt nicht so gut geklappt, wie ich mir das vorstelle, so vielleicht, also natürlich hat mir das in der Wüste besser gefallen, die Strukturen, ne, wenn ich es nicht schon gesagt habe, ich weiß es nicht, das sieht ja auch nur übelst leer hier aus, alles, aber das machen wir noch schön schön, guck mal ein paar Pflanzen rein oder so, mal schauen, jetzt hier auch nochmal kostet nichts, ne, machen wir auch gleich überall, so Leute, würde ich sagen, es ist schon wieder an der Zeit leider, da müssen wir jetzt einen kleinen Break rein machen, die Folge zu lang wird, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr irgendwas gebaut habt für mich, lasst einen Kommentar da, lasst es mich wissen, ich hoffe, euch hat die Folge wieder gefallen, haben wir doch einiges geschafft hier, ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag, schaltet wieder eins, nächstes Mal, wenn Opat zockt hier in dem mega krassen Park weiter, dann, ja, wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag, bis zum nächsten Mal, haut rein, tschüss. Opat zockt mit euch. Opat zockt mit euch.